So, nochmal herzlich willkommen, ähm, ja, das letzte Versuch der Aufnahme, ähm, das Bild war gerade unsynchron, also das ist meine Kamera, ähm, deswegen habe ich jetzt nochmal die Aufnahme gestartet, und ja, ich habe tatsächlich schon gesendet, ähm, was mache ich hier gerade, das da, was habe ich überhaupt alles offen, das ist das, das ist nichts, das ist, achso, ja, allerlei gewöhnen, okay, gut, ja, ich habe bereits gesendet, in der letzten Ascension, die es gerade eben sogar ging, ähm, habe ich tatsächlich noch geschafft, 200.000, äh, Heroes-Souls zusammenzubekommen, und damit mit der Ascension, die ich gestern angefangen habe, also gestern bei der Aufnahme, ähm, insgesamt unsere 320.000 Heroes-Souls zusammenzubekommen, und damit die 19. Ascension-Souls zu bekommen, das heißt, wir haben jetzt endlich unsere 19. zusammen, und für die 20. Posten war schon 600.000, also es wird doch immer das, also fast verdoppelt, äh, ne, überschweigsmäßig kann man nicht so fast sagen, ähm, kümmert uns jetzt aber nicht mehr, weil wir nehmen von dieser Welt Abschied, und zum Bonus, habe ich es tatsächlich sogar durch die Überstunden, die ich gestern, äh, hat doch ein bisschen länger gedauert, bis halb zwölfe, hatte ich gerade mal die erste Ascension durch, das heißt, ich habe da nochmal zwölfe, weil ich, äh, nebenbei noch, ähm, ja, Filme geguckt habe, quasi, also Animes, ähm, ich weiß ja mittlerweile jeder, dass ich Anime mag, ja, habe ich tatsächlich noch so lange gespielt, dass ich das sogar geschafft habe, bis jetzt gerade 203 Robile zusammenzubekommen, das heißt, wir können also quasi vier Ascension machen, äh, Quick Ascension. So, ich würde mal sagen, reden wir gar nicht lange drum herum, ich mache einfach mal Instant Ascension, ich werde immer mal vorher sicher dauert speichern, boop, und dann nach einer glücklichen, äh, glücklichen Transcension, auch da nochmal danach speichern. So, jetzt haben wir gar nichts mehr, ne? Genau, sehr schön. Das heißt, du bekommst, 15 und du bekommst die ganzen dreckig im Rest. Sehr schön, so, dann haben wir jetzt also beide tatsächlich 15 Levels, das war geil. So, das heißt folgendes, genau, jetzt müssen wir die Quick Ascension machen, Numero Uno, Spend, ja. Okay. Bob. Bob. Jawoll, das ist doch mal eine Essential, äh, Transcension. Hier, gleich am Anfang, gleich am Anfang. So muss das sein. Und nicht so wie letztens, wo wir hier 50mal, wie rowling, rowling. Ich mache aber trotzdem, das ist das aber vorher ein Speicher stand, nicht danach, sondern davor, ne? Weil das Schöne ist ja, die Reihenfolge ist jetzt auch ein Speicherstand drin, Heißt also, sobald ich diesen Freshstand lade, haben wir auch wieder immer diese Reihenfolge. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Das heißt nämlich, wir können mich jetzt gleich alle vier Essentials machen. Ja. 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 Meine Fresse hat einfach mal die Klappe. Haben jetzt 28 Hero Souls und können ihn praktisch gleich auf ein relativ hohes Level prügeln. Vergleichsweise relativ hohes Level. Ja. Und damit starten wir dann auch einfach mal direkt das Ding hier. Ich packe mal beide drauf. Gott. Tja. Und damit dann offiziell herzlich willkommen zur dritten Transvention. Also. Ja. Und damit aber auch letzten. Noch mal einigermaßen frischer Wind. Darf man tatsächlich von Null aufsteigen. Oh mein Gott. Ich bin so. I'm so excited. Ja. Das ist tatsächlich. Gut. Da hat die Zeit. Die Zeit, wo man noch mitklicken kann. Okay. Bei 20 Klicks pro Sekunde bringt das Mitklicken auch nicht mehr so viel. Ist das geil. Ja. Genau so soll das sein. Dann wird die erste Essential. Die erste Essential machen wir komplett durch. Ne. Also. Da nehme ich euch wieder komplett mit. Und dann ab der zweiten Essential werde ich dann aber tatsächlich wieder. Jetzt muss ich überlegen, was ich sagen wollte. Genau. Werde ich dann wieder halt im Background. Und das ist es. Aber die erste Essential nach einer Transcension ist immer so. Ne. So was schönes hat man nicht gesehen. So. Wollen wir hier mal ein bisschen beschleunigen. Meinen guten. Kriege ich Level 10? Nein. Level 10 kriege ich noch nicht. Ach doch. Jetzt kriege ich. Bam. Perfekt. So. Da wird. Boah. Alter. Wow. Das geht aber fast. So. Das heißt. Ich komme immer gleich 10 Level mit einmal. Perfekt. Oh. Ja. Wow. Ich habe schon. Ach. Leck mich doch am Arsch. Am Arsch. Ich lasse mich immer davon beeindrucken, dass diese Schallflächen schon farbig wären. Und dabei ist das ja nur Fata Morgana. Perfekt. Dass man hier aber immer darauf achten muss, dass die Schrift entsprechend die Farbe hat und nicht der Button. Das ist so. Ja. Das heißt, wir können 3400. Ja. Wir durften, sollten wir irgendwann mal bald gleich zusammen haben. Nee. Oh mein Gott. Ist das geil. So. Na komm. 2000. Dann haben sie es noch wieder geschafft. Ähm. Ach ja. Die haben ja auch alle überlebt. Ja. Ja. Stimmt ja. Gott. Wir sind gerettet. Wir brauchen ja gar nicht mehr machen. Danke. 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 Scheiße. Danke. Okay. Ein Level. Da war ja was. Mit der Schlagkraft hat er nicht so auch gleich wieder verstärkt. Na gut. Noch nicht so ganz. Wahrscheinlich, weil ich noch so langsam in den Leveln bin. Alter. Und das wäre ja. Das wäre ja. So. Vielleicht ein paar auf Level 10. Ist doch schon. Ist doch schon ganz geil. Tja, die nächsten beiden sind auch gleich im Anmarsch. Der hat tatsächlich kaum einen Wert, also das ist gerade mal etwas mehr, was wir bereits haben. Ich nehme mich einfach mal, und zwar hart ran. So, jetzt ist es doch easy. Nice. Schaut, Level 20, boop, na komm, gib mir das, das, so, 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 schmutzuck. So, wir brauchen wir das überhaupt, ähm, 2.002... boah, alt, also, teuer hier, ne? Ne... Aber dann wollen wir mal nicht sie sein. So, du hast mittlerweile 18 Prozent der Stärke, du bist 74, dann sollte ich mir das vielleicht gönnen, das wäre dann tatsächlich etwas mehr, könnte ich einfach mal nur Kisten kommen, also die Goldkisten, einfach mal so Kisten, noch Kisten, noch Kisten, noch Kiste, so, durch den Klickschirm machen wir leider noch gar keinen, da müssen wir erstmal hier ein paar Hochleveln auf Level 100, das kriegen wir aber noch nicht so ganz hin, aber wir sind schon mal nah dran, so, machen wir schon mal hier Level 50, dann geht es auch gleich ein bisschen stärker, ach so, weil er hier erstmal klickst, ja ok, so, das heißt, danke, so, haben wir schon unseren Klickschein hier erhöht, ok, dann gehen wir jetzt auf den nächsten, das bist dann du, wir ziehen erstmal alle hier auf Level 25, danke schön, danke schön, danke schön, so, und dann jeweils weitere 25 Level dazu, das wird schon zu teuer, schade eigentlich, danke, danke, so, dass wir wieder bei Liam, ok, bitte klicken, das ist natürlich auch wieder wichtig, ne, ok, 4E5, dann machen wir erstmal die hier, Ah, der nächste, der nächste TV ist fertig, gucken wir mal, wird der von den Beinen, ah, der 8er, so, 15 Minuten, leck mich, aber stimmt, jetzt habe ich natürlich komplett vergessen, dass wir hier auch noch die seltene haben, die rettet uns natürlich jetzt richtig den Arsch, also da kannst du nichts gegen sagen, ne, das ist schon heftig, so, dann gucke ich mal, ich würde nämlich halt wirklich erstmal Betty hochleveln, weil sie ist halt derzeit wirklich die wichtigste, weil sie halt Charme von allen erhöht, das kriege ich auch noch rein, und dann, die kriegt die letzten 100 Level, alle sind, sind plus von 20 Level, dann wird das noch was, dann mache ich das doch direkt hoch mit, gleich hier so, ja, sehr gut, jetzt hier, so, dann haben wir schon mal Betty ganz oben, die ist, also, ne, das hier würde nicht mehr so viel bringen, das ist bloß Click Damage ein bisschen erhöhen, was auch nicht schlecht ist, muss man dazu sagen, aber da brauchen wir uns jetzt nicht, äh, nelelele, da müssen wir uns jetzt erstmal nicht primär drauf fixieren, ähm, Battaglia, entschuldige, der ist ja nicht sicher, ah, 1, 2e10 Gold, ich würde das aber tatsächlich erstmal ein bisschen lassen, ne, weil mit 2e10 Gold, da kommen wir, obwohl, da würden wir ein paar Monster, definitiv ein paar weiterkommen, logisch, klar, aber, ich würde es nur noch versuchen, ein bisschen herauszuzögern, so, erstmal gucken, hier wäre hier alles, äh, ne, so, mal hier ein bisschen sauber machen, ein bisschen schön machen, äh, danke, ne, wird mir zu teuer, so, die da oben sind auch alle Level 50, genau, ob Ausnahme Betty Clicker, das ist die einzige, die jetzt schon ein bisschen höher ist, ähm, ähm, das ist alles so teuer, okay, ach ja, wie schön der Balken runter geht, vor allem halt noch relativ gleichmäßig, weil wir halt noch keinen kritischen Klickschaden haben, ne, ja, das kommt ja alles erst später mit Skills, das heißt, ähm, ja, der Balken geht jetzt möglichst, also relativ gleichmäßig, oder, er geht gleichmäßig runter, so, gut, hier auf noch ein Level warten, würde wahrscheinlich nichts, das dauert einfach, doch, obwohl, nein, ne, doch, haben wir, müsste bloß nochmal eine Kiste kommen, in Frage, spricht das überhaupt, was auch fast nochmal zu fahrt, ne, ne, das würde ihn jetzt auch nicht, komm, wir nehmen einfach hier, easy, gut, grad mal zwei, okay, dann haben wir jetzt schon mal wieder eine schöne Base aufgebaut, sind doch schon wieder Level 40, die guten alten Zeiten, wo man sicher noch mit den ersten Helden rumschlagen musste, ach ja, die erste Ascension ist immer eine besondere, ich weiß nicht, irgendwie ist die immer so schön beruhigend, wo sind King Medias, da kommt jetzt noch, ne, ja, da kommt jetzt noch, weil das ist ja unser nächstes Steckenschwert, weil der natürlich schön viel Gold gibt, an den kommen wir aber wahrscheinlich noch nicht ran, naja, ja genau, das ist schon, ist schon ein geiler Ficker, können wir mal ganz kurz gucken, wir haben, ja genau, äh, 0,5%, also sagen wir mal 0,1%, wir müssen das leichter rechnen können, das wäre also ein Bonus von circa 100%, grad mal, oder von, ne, halt, falsch, also, hier von 1000, also 100, ne, wenn das immer 1% wäre, wäre 100 genau 100%, wenn das 0,1 wäre, wäre 1001%, und das 0,5 ist, wir sind 2000, also eine 2000er Combo, wäre eine Erhöhung um 100%, das heißt, wir haben ungefähr, ne, äh, 6 mal 2000, das heißt also, wir haben quasi eine Erhöhung um 600%, also jetzt sind siebfache Schaden, naja, ist schon ganz geil, die 4 Ascensions haben sich also viel gelohnt, haben wir schon schnell einen Start wieder, und natürlich auch hier unsere Söldner, ne, die habe ich natürlich komplett vergessen, das wir die auch noch haben, so, achso, wir sind jetzt schon über Level 53, das heißt, bald sollten auch neue Robine mit dazu kommen, die gibt es ja wieder ab Level 35, äh, äh, 35, nicht drin, 50, falsch, 35, so, ähm, wir können mittlerweile hier ein bisschen was machen, möchte ich das? Nicht wirklich, ich gucke erst mal das hier, weil unser Klickschaden ist grad ganz schön im Eimer, das heißt, ich gebe hier mal noch 25 Level, und bumm, haben wir schon mal einen etwas höheren Klickschaden, der fast der Szenenfahrer ist von davor, ist nicht zu vernachlässigen, ne, also, du siehst die alle mal auf Level 100 hier, haben wir schon dieses Buy All Available Upgrades, ja, das müsste eigentlich drinnen bleiben, ja, haben wir, bumm, sehr schön, ähm, Increase, ja komm, hier ist ja jetzt nicht so teuer, ach, da kommt ja noch was, da war ja was, so, was bist du, also, plus Eigenschadenerhöhung, ne, das brauchen wir jetzt derzeit nicht so unbedingt, so, das ist auch plus Eigenschaden, mhm, 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 Ach, das waren hier die schon, ah, das sind die beide, die auch noch mal unser Klickdamage erhöhen, nice, okay, da hab ich ja schon, gut, das bist genau, eigentlich damit, das andere hier ist eher so, lala, das heißt, wir können sich jetzt wieder auf die unteren, die konzentrieren, ähm, oh, ist auch noch zu teuer, schade eigentlich, hier zehn Level ist auch zu teuer, ja, wir könnten uns gerade mal ein Level kaufen ungefähr, naja, okay, zwei Level, ne, ne, also, knapp, knapp drei Level, aber, würde jetzt halt auch nicht so viel bringen, da würde ich lieber hier ein bisschen was reinputtern, in unserer Mercedes, schnappe nochmal eine Unterstützung um die Hälfte, so, und dann die oberen, die wieder um 25 Level jeweils, blaues Auge, totes Auge, hehehe, so, dann machen wir, wenn wir wieder, bei, oh, boah, das, bei all available upgrades, ah, ne, bei available upgrades, ich will ja immer ein all einfügen, scheiße, ähm, oh, ha, sollte das jetzt mal schon tatsächlich hier, äh, ne, äh, machen, ne, ne, also, wir sind mal schon hier, ne, wollen wir jetzt helfen hier, oh, wir bleiben schon stecken, oh mein Gott, wir sind knapp Level 50 und bleiben schon stecken, das ist aber nicht nett, das ist gar nicht nett, oh mein Gott, schau mal locker, ja schön, so, das heißt, lalalala, wir brauchen noch ein bisschen, hier können wir erstmal nichts mehr machen, ah, ok, 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 aber die, denke ich, auch behalten, ne, siehst du, die haben wir nämlich verloren, genau, und deswegen, weil wir die auch verlieren, und sonst halt auch alles verlieren, deswegen habe ich, die hatte ich die auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm, aber eben, stimmt, die behalten wir, was ganz geil ist, weil die würden wir ansonsten erst auf relativ hohen Level wieder bekommen, ich weiß gar nicht, 150, 140, irgendwie so in den Dreh, also, in irgendwelchen 100er Level bekommen, weil er sie seltener wieder, von daher, ähm, wäre das blöd, wenn man die nach einer Transvention halt auch verliert, vor allem eben, den kann man halt schon boostern, etwas, was definitiv nicht schlecht war, so, dann hängen wir jetzt quasi wieder ein bisschen, ich sag jetzt mal, fest, ähm, dann würde ich tatsächlich jetzt wieder Aufnahme-Break machen, allerdings würde ich jetzt zwischen den Folgen tatsächlich gar nichts machen, sondern halt ganz easy, äh, das einfach so lassen, tatsächlich mal wieder eideln lassen, ne, kennt man ja vielleicht schon gar nicht mehr, und dann in der nächsten Folge gucken wir mal, wie viel Gold wir haben, da gibt es ja jetzt wieder unsere Combo verloren, aber ganz ehrlich, drauf geschissen, gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, ähm, schau mit V und du würdest mal sagen, schau mit V, So, achso, siehst du, äh, wenn wir hier schon die Browser schließen, ne, ist ja immer so, äh, Sprecher war vorher auch immer normal, boop, boop, thanks, okay, in dem Sinne dann, ähm, schau mit V.